UNTERTITELUNG Das ist das Stipendium für das Internat in den Bergen. Hast du's bekommen? Nein! Bist du Martina? Ja. Oh shit, die Neue. Ich bin saug. Es gibt nur eine einzige Regel hier bei uns. Interne und Externe mischen sich nicht. Wir, die Internen vom Internat. Und die Externen vom Dorf. Shit, Externe. Der Schmunzer kommt zurück! Oh shit! Die Externen haben angefangen. Natürlich, immer haben die Externen Schuld. Das muss jetzt endlich mal aufhören. Wie ihr wisst, steht unsere Abschlussfeier bevor. Und wir haben uns überlegt, dass die Externen und Intern das Stück, das fliegende Klassenzimmer, gemeinsam aufführen sollten. Was? Was? Leute, das wird das fliegende Klassenzimmer. Wir passen vorne in der Nase dran und hinten ein Raketentriebwerk. Hier wohnt doch bestimmt jemand. Was machen sie hier? Das geht dich wirklich gar nichts an. Ich glaube, wir sollten ihn nicht rauchen. Hä? Aber der raucht doch. Die Externen führen alle zum See! Los! Das ist wie eine Schlacht. Können wir nicht einfach mal Frieden schließen? Wenn wir unsere Lieder singen, heben wir ab und wir schweben. Nein, 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 nein! Auf, bitte nicht! Wir halten jetzt zusammen. Denn mit Träumen kann man fliegen. Denn mit Träumen kann man fliegen. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf das fliegende Klassenzimmer! Denn mit Träumen kann man fliegen. Ich finde, Freunde sollten immer zusammenhalten.